So, jetzt gibt es ein kleines Workout und zwar dauert das Ganze so circa zwölf Minuten. Was du eventuell gebrauchen könntest, ist eine Flasche Wasser oder was zu trinken und ein Handtuch zum Tupfen. Ich erkläre dir ganz kurz die Übung und zwar machen wir eine Minute eine Liegestützvariation, die zweite Minute machen wir Kniebeugen und die dritte Minute machen wir einen Unterarmstütz. Das machen wir direkt eine Minute immer durch und die vierte Minute ist komplett Pause. So, die erste Übung, wir beginnen in der hohen Planke, machen dann einen Liegestütz und laufen komplett zurück, strecken uns aus, wieder nach vorne laufen und Liegestütz und wieder zurück und so weiter, eine Minute lang, danach gibt es eine Minute Kniebeugen, schöner gerader Rücken und danach die andere Minute, das eine Minute auf den Unterarm einmal ganz fest machen und hier halten. So, dann geht's los. Wir beginnen am besten im Stehen. Wenn du alles hast und soweit bist, ab jetzt eine Minute. Mach dir am besten laute Musik an und Power richtig durch. Immer schön ausstrecken, beug die Knie, wenn du runter gehst, bleib fest im Bauch. Also, bei mir brennt es schon, ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich hoffe auch. Letzte Wiederholung und zurück. Stell dich hüftbreit auf oder schulterbreit, sodass du gut mit geradem Rücken in die Kniebeuge kommst. Und los geht's. Lieber langsam und kontrolliert, statt unsauber. Nimm die Arme immer gern nach vorne, zurück. Blick auch nach vorne. Knie raus schieben. Wir gehen direkt in den Unterarmstütz. Bauch fest, Po fest, Beine anspannen. Eine Minute. Und versuchst zu atmen. Halt durch. Alles schön fest anspannen. Ausat um. Gleich geschafft. Eine Minute Pause. Trink was. Entspann dich kurz, atme durch. Geh gleich wieder weiter. Wenn du magst, kannst du dich langsam wieder hinstellen. Mal durchatmen. Lieber nochmal die Bewegung wirklich sauber, langsamer ausführen. Als unkontrolliert. Immer schön stark im Rumpf bleiben. Atme nochmal durch. Und dann geht's weiter. Nach unten laufen, vorne, Liegestütz und wieder zurück. Aufrichten. Nach unten laufen, Liegestütz, zurück. Aufrichten. Wirklich schön sauber, bauchfest. Ich schließe! Ich schließe! Ich schließe! JЫB Unkontrolliert. Letzte Wiederholung. Zurück und kurz durchatmen und Knie beugen. Geh mal so tief runter, wie du kannst. Letzte Wiederholung und Schluss. Direkt in den Unterarmstütz. Versuch hier schon relativ langsam zu atmen, deinen Atem wiederzufinden. Gleich geschafft. Letzte Atemzüge. Und Schluss. Eine Minute Pause. Kurz lockern, egal wie und gleich die letzte Runde. Versuch langsam durchzuatmen und dann langsam wieder zu deiner Matte zurückzukehren. An das Ende. Nochmal durchatmen. Letzter Atemzug, bevor es in die letzte Runde geht. Gut. Und wieder von vorne nach unten, vorne Liegestürz und zurück. Aufrichten. Lass den Rumpf immer schön angespannt, gerade bei den Liegestützen Ellenbogen eng. Und komm. Die letzten Wiederholung. Und langsam zurück und Knie beugen. Und langsam zurück und Knie beugen. Und geschafft. Letztes Mal und Armstütz. Ab jetzt. Eine Minute. Die letzte Minute. Und dann ist es geschafft. Auch hier wieder versuchen, Atmen zu kontrollieren. Bauch fest. Schultern über den Ellenbogen. Und die letzten 40 Sekunden vielleicht durchhalten. Die letzten Sekunden gleich geschafft. Durchhalten. Und fertig. Also, mir ist warm. Erstmal wieder durchatmen. Und dann entspann dich. Und bis zum nächsten Mal. Und dann.